Kann's gerade sein. Okay, das ist ein bisschen hubbelig, was ich hier abziehe. Okay, jetzt geht's ein bisschen um Millimeterarbeit. Jetzt ist nur die Frage, ob das so überhaupt noch funktioniert, wie ich mir das denke. Äh... Oh mein Gott, in meinem Fernseher läuft Musik. Schlimme Musik. Leute, ihr wollt nicht wissen, was für Musik. Nee, das passt so nicht. Äh... Zurück, 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 zurück. Gerade. Nee, so. Bau durch doch. Äh... Jetzt muss ich gucken. Es gab doch irgendwie so eine Schraube, sowas ähnliches. Oh, Lens, ich kann jetzt nicht in Kurven bauen. Ich würde gerne in Kurven bauen. Ich kann nicht ernsthaft... Nee, kann ich auch nicht. So. Muss ich halt so. Geht leider nicht anders. Aber, solange... Ah, das passt aber auch. Okay. Baue ich mir eben halt meine eigene Schraube. Was wollt ihr tun? So. Wollt ihr mich hassen, oder was? So. Und... Bäh, bäh, bäh. Geht nicht. Kannst du nicht. Darfst du nicht. Musst du nicht. Ja, da... Hau ich durch den Turm? Alter, ich fahre doch nicht etwa... Doch, ich fahre durch den Turm. Ich fahre durch den Turm. Moment. Das... Das will ich sehen. Fahr los! Let's go! Ja! Start die Abzünder, also die normale Geschwindigkeit behalte ich mal bei. BAM! Ich fahre tatsächlich durch den Turm. Schau und nochmal! Ah! Verdammte Scheiße, ich blubb, ich soll trinken. Okay, ich fahre tatsächlich durch den... Ich fahre da tatsächlich durch. Äh... Bauen? Jetzt muss ich daran weiterbauen. Ich würde da jetzt gerne dran weiterbauen. Da, war auch genau. So war das. Ich fahre tatsächlich durch das Ding durch. Das erste Mal nicht, aber das zweite Mal. Das erste Mal... Knall ich nur da durch. Okay. Das soll ja realistisch sein, auch wenn es das jetzt gerade nicht ist. Ähm... Einmal gerade. Jetzt. Jetzt passt es. Okay. Zack. Zack. Eins, zwei, drei. Zack, zack. So. Oh, jetzt passt das. Jetzt passt das. Jetzt passt das. Okay. Aber jetzt muss ich irgendwie... Jetzt muss ich irgendwie wieder gerade kommen. Shit. Das hätte... Das wäre doch zu genial gewesen. Nein. So nicht. Weiter. Hey, kann ich gebaut werden, weil du nicht darfst. Ne. Äh, muss ich also doch schon hier. Fuck. So. Kann's einfach. Ich will nämlich übers Wasser fahren. Na, wie geht... Wie geht? Wie geht denn heute? Ne. Oh, das ist nahezu perfekt. Fast übers Wasser gleitend. Jetzt geht's direkt darauf zu... Starte Abschnitt. Ach so, da gibt nochmal extra Boost. Ne. Äh, das will ich aber nicht. Äh. Wieso muss das so in die Richtung gehen? Das ist jetzt gerade... So, wo geht das jetzt? Ne. Äh. Nochmal löschen. Das ist gar nicht mal so doof, aber dann muss das jetzt hier links und dann muss es... Durch den Berg. Und dann muss es nochmal durch den Berg. Nein. Äh. So. So. Verdammte Scheiße. Das passt nicht. Wieso passt das nicht? Das hilft nicht. Und dann geht's ja wieder... Dann jagt sich direkt durch... Da du ich so. Dann machen wir mal so. Dann machen wir so. Ja. Ups. Nein. So definitiv nicht. Ich kann aber ja mal... Nochmal so. Nochmal so. Mal hoch. Wahrscheinlich wird die Bahn so miserabelste Werte haben. Ich seh es so kommen. Also. Oh, was ist denn jetzt im Weg? Der Berg? Ne. Was ist denn jetzt im Weg? Das geht mir jetzt auf den Sack. Passt ja immer noch nicht. Dann könnte ich nämlich da rum und dann da und dann so zurück. Das wäre eine ganz schön lange Bahn vor allem. So. Nochmal versuchen. Nein. Nein. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso passt das nicht? Hä? Das muss doch irgendwo seinen Grund haben. Weil ich deppert bin deswegen. Ne. Hm. Willst du mich doch verarschen hier? Und was ist es jetzt hier? Hier geht das. Hier fliege ich dann aber auch irgendwo ins Nirgendwo. Das will ich ja nicht. Und einfach nur durchfahren? Hm. Als ob ich eine Wahl hätte. Jetzt muss ich da wieder irgendwie rum. Geil ist geil? Okay, Saturn. Ihr habt eindeutig eine Waffel. Deswegen kaufe ich auch nicht bei euch ein. Ganz einfach. Ihr habt... Geil ist geil. Hallo? Was ist das für ein dummer Slogan? So einen dummen Scheiß habe ich ja noch nie gehört. So. Geil ist geil. Was für ein Scheiß. Was denken die sich für einen Müll aus? So. Was kann ich da noch? Ich kann aber noch höher. Das mache ich auch. So. Zack. Zack. Wo fahre ich da durch? Ich fahre direkt durch den Berg. Warum? Äh, direkt durch den Turm. Warum nicht? Okay, so. Hier auch schön umschlungen. Also eins müsst ihr mir lassen. Die Grundidee ist gar nicht mal schlecht. Das müsst ihr mir lassen. Nee. So. Jetzt komme ich nämlich direkt da hin und dann so. Okay. Jetzt passt das. Jetzt... Jetzt guckt mal hier. Wo ich dann lande. Wo ich lande? Hier? Auch da. Das ist so doof. Das passt so schlecht. Aber es wäre cool. Es wäre echt cool. Hm. Nee. Moment mal. Welcher Höhe bin ich jetzt? Ich müsste vielleicht mal runter. So. Ah. Super. Da ist jetzt ein Fass im Weg. Da kann ich... Was? Wieso kann ich da nicht durch? Äh. Oioioioi. So. Das ist gerade mal ganz dumm. Wieso kann ich denn jetzt nicht direkt durch den Berg? Ich grabe manchmal echt nicht. Ich baue auch ganz schön lange an dieser einen Bahn jetzt. Das fällt mir jetzt mal so nebenbei auf. Und wieso kann ich hier nicht bauen? So hoch? Ich habe nicht platziert werden. Nee. Weil ich das sage. Oben hoch. So. Äh. Nee. Das auch nicht. Wieso kann ich denn jetzt hier nichts mehr bauen? Äh. Fahren wir eben halt so direkt da. Hä? Ist okay. Ist das denn da nicht bauen? Da ist doch gar nichts im Weg. Da ist überhaupt nichts. Äh. Mann. Nur weil ich... Weil das Spiel immer sagt. Nee. Da darfst du nicht bauen. Ist ein ganz einfaches Grund. Weil wir das sagen. Dumm. Das geht gar nicht ein. Das geht nicht verarschen hier. Ey. Mach das weg. Nee. Nee. So. Jetzt geht das wieder. Das ist wohl echt ab einer bestimmten Höhe. Und das kotzt mich gerade an. Das hätte eigentlich so gut gepasst. Und ich stelle mir das gerade vor, wenn hier die ganzen Öltürme irgendwie explodieren oder so. Alles nur weil da eine Bahn langfährt. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist so... Das muss alles so toll sein. Ja. Äh. Zack. Äh. Falsch. So. 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 Und jetzt muss ich da jetzt wieder gegen Richtung Ziel. Alter. Wie hoch das auch noch wird. Wenn ich das so mache, wird das noch ganz schön hoch. Ähm. Ich sollte aber auch nicht mit zu viel Speed reinkommen. Sollte ja auch noch passen irgendwie. Ah. Stimmt. Die Richtung kann ich ja auch noch ändern. Ach. Fuck. Das habe ich ja komplett vergessen. Damit hätte ich auch... Ach. Damit hätte ich so eine coole Schleife machen können. Oh. Crap. Verdammte Scheiße. Das ist jetzt ärgerlich. Ei. Ei. Sieh mal. Ich sollte keine Bahn bauen. Das ist nicht mehr am wenigsten. So. Einfach runter. Mal so was. Ist mir doch egal. Hier nochmal am ersten vorbei. So. Ey. Das ist eine ganz schön lange Bahn. So eine lange Bahn habe ich noch nie gebaut. So. So eine lange und komplexe Bahn. Sieht aber auch irgendwie kacke aus. Naja. Wahrscheinlich seid ihr jetzt wieder... Einige von euch sind anderer Meinung. Andere von euch sehen das jetzt komplett anders und sagen sich... Äh. Schlecht. 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 Die Mech. Schlecht. Schlecht. So. So. Jetzt muss ich mal gucken. Äh. Man konnte irgendwie die Höhenabschnitte auch einfügen. Ging irgendwie. Schlecht. Okay. Äh. So. Wenn das jetzt... Ne. Passt natürlich nicht auf Anhieb. Äh. Nein. So. So passt es. Jetzt darf am Ende nochmal fies sein. Ne. Warte mal. Geht das? Geht das? Nochmal umkippen. Ja. So. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Die Bahn hat uns ja auch lang genug gekostet. Jetzt hoffen wir mal, dass das auch... Passt. Ordentliche Werte hat. Und wenn nicht, können wir alle sterben gehen. So. Zack. Und... Mitfahren. Will mitfahren. Äh. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber... Okay. Den Ölturm muss... Die muss ich gleich noch aktivieren. Die Türme. Ja, ich weiß, ich hätte das mit so einer... Mit so einem Kippdinger ich da eine Schleife... Äh, so eine Spirale drum machen können. Aber weil ich doof bin, habe ich das jetzt nicht gemacht. Außerdem, so geht das irgendwie auch. Ich wette, die Leute kotzen mir danach den Park voll. Ich wette mit euch, die Werte sind miserabelst. Oh. Oh mein Gott, ich wette langsam. Scheiße, ich wette langsam. Scheiße, scheiße, scheiße. Wetten, der packt das da jetzt nicht? Der packt das nicht. Ich pack das nicht. Und... Äh. Fuck. Okay. Okay. Halb so wild. Geh mal aus. Ist halb so wild. Ich habe noch einen klaren Wetter. So, nee. So, jetzt geh da mal hin. Jetzt geh mal hier hin. Geh mal an das Teil. Äh. Hm, bremsen? Wieso bremsen? Äh. In welche Richtung hast du das jetzt gebaut? Ah, gut. Okay. Versuchen wir es nochmal. Nochmal versuchen. Ja. Die Stormrunner bin sowieso mit am coolsten irgendwie. Bin ich ja mal gespannt. Das hat mein Kumpel immer gern gemacht. Der hat diese Blockbremsen zum Speed... Äh. Zum Speedgeben missbraucht. Vielleicht ist es ja der nötige Speed, den ich noch brauche. Gleich kommt es. Gleich müsste es kommen. Jetzt nach dem Turm. Da ist nochmal dieser übelse Hyper-Speed-Boost. Ja, hier kommt er gerade mal so hin. Und jetzt... Mal gucken. Willst du mich verarschen? Das hat gar nichts gebracht. Wieso habe ich den Kack dann gebaut? Willst du mich verarschen? Blockbremsen. No. Blockbremsen. So. Komm. Gepacke. Umso schneller. So. Mal gucken. Nogunfalls muss ich die Startgeschwindigkeit hochschrauben. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Da ist er schon saulangsam. Und? Ah, da kriege ich dann nochmal Hyper-Speed-Boost. Und er schafft es. Ivan schafft es. Yay. Okay. Geschafft. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Noch nicht bewertet. Jetzt bin ich gespannt. Wann steht miserabel. Passt auf. Na. Zeig an. Zeig an. Zeig an. Zeig an. Hallos. Äh. Hallo. Heute noch. Also. Sehr hoch. Sehr hoch. Hoch. Alter. Das ist eine richtig gute Bahn eigentlich. Die ist gar nicht schlecht. Sehr hoch. Sehr hoch. Hoch. Die ist ganz schön radikal. Aber gut. Ohne Scheiß. Die ist ganz schön gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sehr hoch. Sehr hoch. Sehr hoch. Ja. Dieses Erregungsbewertung. Also eben halt wie gut die ankommt. Intensität. Wie stark die auf dich einprügelt. Und Übelkeitswert. Wie die dich zum Gotzen bringt. Das ist eigentlich gut. Alter. Alten. Geil. So. Jetzt muss ich das eben halt nur so deichseln. Jetzt muss ich die Parts bestimmen, wo das Ding ausbricht. Hier. Wer kommt von da? Da. Und du. Wer kommt denn von da? Ich will sagen, wir versuchen es nochmal. Moment mal. So. Wurde nochmal unterbrochen. Musste leider sein. Ich hasse es. So. Fahren wir mit. So. Und unsere letzte Tätigkeit für heute. Dann habe ich auch wieder genug auf Vorrat. So. 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 Alter. Oh. Wie geil. Ups. Okay. Eigentlich habe ich den falschen eingestellt. Ich habe da den falschen eingestellt. Boah. Aber man sieht es hier nochmal richtig schön. Wui. Okay. So. Und jetzt wird es hier nochmal fies. Bäh. Aber es funktioniert. Also ich habe jetzt nur den hier falsch eingestellt. Der muss ja... Hier in etwa. Und jetzt muss ich den hier anwählen. So. Der soll denn etwa deaktiviert werden. So. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von hier nochmal an. Und dann war es das. Boah. Mal gucken. Mal gucken. Oh. Wie geil. Da fliegt es genau in die Luft. Oh. Wie heftig. Wie heftig genialst. Und jetzt passiert es. Und gerade hier ist es ja langsamer auch noch. Dann wird es ja hier langsamer. Und jetzt. Bäm. Hinter ihn. Und das Ding kommt einem entgegen. Oh. Wie perfekt. Wie perfekt. Alter. Wie perfekt habe ich das wieder... Na wieder. Alter. Das war jetzt mal... Leute. Das müsst ihr mir gestehen. Das war gut. Das war gut. Da könnt ihr nichts gegen sagen. Das war gut. So. Jetzt brauchen wir nur noch... Eine ordentliche Farbe dafür. Die Wagen gefallen mir nicht. So. So. Geil. Geil. Schnell den Stahlweg hier. Genialst. Leute. Ich finde es genial. Das ist echt so... Alter. Eine heftig lange und derbstkomplexe Bahn. Na derbstkomplexe. Also ich habe schon Komplexeres gesehen. Habe ich schon bei Leuten echt Komplexeres gesehen. Da bin ich eigentlich noch... Ja. Das ist eigentlich Kinderkram, was ich jetzt hier gebastelt habe. Gut. Aber damit hätten wir noch einen Bereich abgeschlossen. Dann hätten wir schon drei Bereiche. Den Western, den Grusel und den Ölfuhrpark. Ei, ei, ei. Ich kann nicht echt... Immer noch nicht... Ich kann es immer noch nicht glauben, dass der nicht so gut ist. Ich meine sehr hoch, sehr hoch. Oh. Das ist gut. Ich müsste eindeutig Toiletten daneben bauen und Erste Hilfe gedöhnt. Das mache ich jetzt noch schnell. Bevor die mir wieder alle in den Tag kotzen. Ich hasse es, wenn sie das tun. Erste Hilfe. Und... Ach, jetzt drücke ich ihn schon wieder hin. Hier. Und Toiletten. So. Genau. So, Leute. Und das war es denn jetzt auch für... Dieses Mal für... Ne, bei... Äh, dem Let's Player Park. World is Playground. Bis zum nächsten Mal. Wir speichern noch schnell. Ja. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.